Was ist die Glasgow-Kumma-Skill? Die Glasgow-Kumma-Skill ist ein häufig verwendetes Beurteilungsinstrument, wenn eine Person eine Kopfverletzung hat, bewusstlos ist oder sich im Kummer befindet. Es wurde in den 1970er Jahren an der Universität von Glasgow entwickelt, daher auch sein Name. Zwei Neurologie-Spezialisten, Greentias Dalle und Brian Yennet, werden mit ihrer Entwicklung gutgeschrieben. Es ist in medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt weit verbreitet, obwohl es andere Beurteilungsinstrumente gibt, die auch zur Bestimmung des Bewusstseins verwendet werden können. Die Glasgow-Kumma-Skill bewertet drei Aspekte, um den Bewusstseinsgrad zu ermitteln. Dies sind Augenreaktion, Bewegung und verbale Reaktion. Höhere Werte, wobei 15 die höchste ist, zeigen ein höheres Bewusstsein an, und tatsächlich bedeutet eine 15, dass eine Person vollständig wach und bewusst ist. Eine 3 ist die niedrigste Punktzahl und deutet auf einen extrem tiefen Zustand der Bewusstlosigkeit hin. Scores in allen Bereichen werden addiert, um die Gesamtpunktzahl zu erhalten. Bei der Beurteilung der Augenreaktion können Menschen bis zu 4 Punkte erzielen. Es gelten folgende Bewertungen. 1. Augen öffnen sich nicht. 2. Augen offen, wenn Schmerz angewendet wird. 3. Augen auf, wenn die Person angesprochen wird. 4. Augen öffnen sich von selbst. Bei der Motorreaktion auf der Glasgow-Kumma-Skill werden die Antworten als solche bewertet. 1. Es gibt keine Bewegung. Bewegung, 2. Der Körper dehnt sich aus, wenn er schmerzhaft stimuliert wird. Der Körper zieht sich bei schmerzhafter Stimulation ungewöhnlich zurück. 4. Der Körper zieht sich normalerweise als Reaktion auf Schmerzen zurück. 5. Der Körper reagiert normal, wenn der Schmerz auftritt. 6. Die Person kann sich bewegen und den Körper auf Verlangen eines Arztes benutzen, Arm anheben, Finger wackeln, USW. Die verbale Antwort auf der Glasgow-Kumma-Skill wird folgendermaßen bewertet. 1. Es ist kein verbaler Ton zu hören. 2. Die Person macht Töne, die nicht verstanden werden können. 3. Die Person sagt Dinge, die keinen Sinn ergeben. 4. Die Person kann auf ein Gespräch antworten, erscheint jedoch verwirrt und antwortet nicht immer angemessen. Die Person spricht normal mit angemessener Gesprächsreaktion. Es ist leicht einzusehen, warum die Glasgow-Kumma-Skill für die Beurteilung von Erwachsenen und Kindern nützlich ist, aber für die Beurteilung von Kindern, die vor der Sprache sprechen, möglicherweise nicht so nützlich. Es gibt eine nach dem GCS angepasste pädiatrische Kumma-Skala, die stattdessen verwendet werden kann und in der Tat häufig verwendet wird, wenn Kinder verletzt werden oder ins Krankenhaus eingeliefert werden, um das Wohlbefinden weiter zu beurteilen. Es ist auch nicht immer möglich, aufgrund von Verletzungen oder anderen Dingen wie Intubation, bei denen meine Person einen Atemschlauch hat, eine vollständig genaue Bewertung des GCS zu erhalten. Gesichtsverletzungen können die Augenbewegungen beeinträchtigen und Verletzungen des Körpers, insbesondere Lähmungen, können die motorische Reaktion auf Schmerzen beeinträchtigen. Eine Person mit einem Atemschlauch kann nicht sprechen. Wenn sie jedoch bei vollem Bewusstsein ist, könnte sie auf diese Weise Antworten schreiben und den Bewusstseinsgrad anzeigen.